da ist er wieder ja leute so schnell ist eine woche rum wir wahrscheinlich alle mitbekommen hat befinde ich mich gerade auf kurs im urlaub ich wahrscheinlich am pool oder am strand und ich dachte mir ihr sollt ja mich nicht so schnell vergessen deswegen haue ich euch jetzt einfach mal hinter meinem gequatsche hier gleich ein out-tech video raus habt ein bisschen was zu lachen ihr bekommt ein bisschen einsicht hinter den kulissen ich weiß nicht glaube es ist mein viertes oder fünftes out-tech video mittlerweile schon ich muss sagen ich lache mich immer selber beim schneiden total kaputt viel spaß dabei wir sehen uns nächste woche wieder natürlich habe ich mir überlegt dass ich nicht nur den praktisch probiert einmal aus hier müssen wir auf jeden fall trocken machen jetzt wasser vom regen verdammter regen check man tut er macht test 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 ja wir fangen damit an dass wir uns erstmal die hoch machen stopp für alle das video vorher nicht gesehen haben das mit den noch mal so wir haben die alle abgeschält dann wir sind noch gar nicht so weit stopp frohe weihnachten und herzlich willkommen mit uns gut china wenn er sehen wollte wie ich das ist schön rape calamari jetzt noch einmal gucken blinkt das ding im blau oder leuchtet blau alles klar brauchen wir nicht wir haben ja eben schon gemacht wenn er sehen wollte wie ich meinen eigenen hähnchen döner hier gemacht habe da ist kein dünner bis am film noch also noch eben raus und gar nicht weiß nicht ob das geladen ist ich freue mich wir nehmen uns hier da ist er endlich wieder ja leute ich freue mich wirklich hier zu stehen und endlich wieder was für euch zu kochen ich habe erfahren verloren stopp moin moin giovanni da ist er wieder ja leute endlich stehe ich wieder hier ich könnte gerade kotzen eine 1 zeige ja ob du filmst mit dir zu filmen ist die katastrophe ok und los ja wir fangen natürlich an hier mit unseren chicken wings und das reicht und dann komme ich zu einem dingen wo ich richtig bock drauf war weil ich noch nie gemacht habe wir machen heute corn dogs einmal machen wir corn dogs mit 200 milliliter milch steht noch drin im kühlschrank die aber nämlich vergessen die holen war nämlich jetzt gleich im nächsten schritt nehmen wir uns hier ein bisschen unseren sollten noch mal und dann folgt er jetzt die einfachen schritte weiter wie ich sie jetzt auch mache so leute wie die so und herzlich willkommen in minus kucina wenn er sehen wollte wie ich diese fingerfuß hier zu und test waren tut 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 da kommen wir direkt mal zu den zutaten was brauchen wir dafür wir haben wir richtig was war das denn und test und test 123123 bonjour und herzlich willkommen in minus kucina wenn er sehen wollte wie ich dieses wunderbare schmorgericht die tag noch mal wenn ich so wir sehen und herzlich willkommen in minus kucina wenn er sehen wollte wie ich den schönen schweine braten hier selber machen ja irgendwie werde ich von der sonne geblendet buddy testen kurz wir testen so feuer conny sommer dann pulli boyfan fanboy wenn john und herzlich willkommen in minus kucina wenn er sehen wollte ich wie diese wunderbaren köfte spieße gemacht bonjour und herzlich willkommen in minus kucina wenn er sehen wollte wie ich diese wunderbaren anna spiel sieht man mich wenn ich so hier stehe ich weiß es gar nicht ich muss mal einmal kurz testen ist schon am film aus ja ok bonjour und herzlich willkommen in minus kucina wenn er sehen wollte dass ich hier mal richtig sauber machen draußen sieht es aus so leute die gute erste und herzlich willkommen in minus kucina wenn er sehen wollte wie ich diese wunderbaren lollipop 20 was sind das hier ist mit tomaten hast du kamera siehst du das kamera mikro da ist er wieder ja leute so schnell sind ja zwei wochen rum ich war letzte woche in urlaub habe mich ein paar tage erholt und dann dachte ich mir da ist er wieder ja leute so sind okay ja leute so zu schnell sind war halt da was morgen da ist er wieder ja leute so sind ach da bin ich so sind schnell zwei wochen rum mein mond ja ne leiser wieder ja leute so sind so moin 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 ja da ist er wieder ja leute so schnell moment ja neiser wieder take 125 jetzt aber eigentlich nicht test 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 da ist er wieder ja leute so schnell sind zwei wochen rum ich habe mir überlegt wir bleiben ein bisschen in der runde noch mal ganz vergessen zu erwähnen natürlich hier lieber nicht das libanese hier selber gemacht habe dann bleibt doch einfach dran das machen wir noch mal bonjour und herzlich willkommen in minus kucina wenn er sehen wollte wie ich das ist bataille selbst gemacht habe ich habe mir überlegt da ist er wieder ja leute so schnell was ist denn so endlich sind die drei letzte bonjour und herzlich willkommen in minus kucina wenn er sehen wollte ich das barbecue fleisch bonjour bonjour und herzlich willkommen in minus kucina wenn er sehen wollte wie ich das ja manchmal muss ich auch stoppen